ja die johle leute nach einer weiteren folge minecraft der geht leidt damit mag es ein guter genau und ich habe mir zur aufgabe gemacht hat er ist das thema in beiles zugänglich zu machen bedeutet ich brauche jetzt einen md-weil ist access point und dafür brauchen wir erst mal wieder ein paar md kabel und dafür müssen wir elm keller und quatzt das mixen markus der post quatzt das aber wie viel machen wir denn ich würde sagen wir bauen uns mein stack ich baue jetzt eine scheune für die scheiß Prozent die schüler wir haben wir wollen ich brauche sie meinen sie es ist die schule ließes abstehen da sind wir in meinen siegern aus japan-tempel bei uns mit japan-tempel wir haben ja man kennt der ja mach aber gleich mit dem er hat mit nur hinterm Haus mag es du weißt du was du dich noch kümmern muss mann das Türding das Türding ja das hier was das hier nicht was ich dir was meinst Unbefugtes Bild reden wird mit dem Tode bestraft ja das sieht noch ein bisschen low aus warte mal warte mal warte mal ich wollte dich gerade schießen weil du alles ganz kurz Futur Skin geil ich muss gerne geil er hat sich in den Schilders Buch lesen lassen oder dass der geil stell dir einfach in Chantmink selber hin ja genug wo ich dachte jetzt kommt einer rein alter nee die die was brauche ich denn noch dafür Iron Klaas ich brauche Holz wenn wir Holzmangel haben bitte den Ding wieder anschauen die Baumform wir haben mit Sicherheit kein Holzmangel ganz sicherheit sag's ja bloß sag's ja bloß so nimm die mit wow ich wollte das Terminal anklicken und du standest vor mir du rinz du rinz ich läd die andere Dinge aus du sagst ja scheiße ich wollte das Terminal anklicken und auf einmal standest du vor mir fahrer ich habe nichts eingesammelt ich bin sofort weggesprungen wenn du schon ein Wunder Ding was dann lerne auch damit um ja ich hab's grad abgewählt hier vor mir liegt noch was von dir jetzt wenn ich rechtsklick mache öffnet sich eine Crafting Bench das glaube ich kann man verkraften also wenn ich jetzt auf dich klick dann da hinten Markus äh Hose und Nanosaber ich hab Slapkack schon wieder leer gemacht und da unten liegt noch was ne Axt oder so ah das ist ja 4X oder irgendwas Heiser ist ja 4X so dafür brauche ich jetzt Iron Ingot Quarz Fiber nein ich brauche wieder Quarz Fiber das ist doch Assi hast du Holz eingestickt Sven Holz eingeschickt oder bisschen Holz war nicht ich hab nix eingeschickt eingesteckt du Spacken nein hin steckt sich immer alles ein nein hast du nicht nein hab ich nicht ich hab gar nix von dir muss ich mein Leopard ausgerüstet haben dass es der Helm ladet äh ja ah ok Iron Ingot Quarz Fiber und Ender Pearl 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 das Kulte ist in anderen Termine hat liegen lassen so ein Lager zack so ein Mälen sich schon vor Ort war es weiter und nicht mit Tischen hier machen zack hätte ein bisschen Zugang haben dann brauche ich Zugriff auf unsere M E-K-A-Welt dann nämlich jetzt mal ein Speck mit und dann schließlich mal gleich den ersten irgendwo hier an wo ist der Wartungsraum hier hinten genau so Aua 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 Doppel Scheiß Schleim ich müsste jetzt nochmal wissen ME Access Terminal wie die Dinger man kann man das anschalten was wie die Dinger funktionieren die Farm Welche Farm? wir haben keine Farm die Räuber Wutfarm äh Wut anfordern warte ich komm Wut on oder was? hä? nein 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 gar das ist gar nichts sichtbares einfach Saplings rein machen wieder mach aber verschiedene Saplings rein wenns geht ich brauch Birken Saplings halt wir haben wir da einen ja Markus aber es gibt mehr Birken Saplings haben wir da welchem System von? Müssen wir haben mehr war alles glaube ich nee die hab ich vom System genommen da waren es alle ja gut also wird jetzt angebaut kann halt ein bisschen dauern so wo wo man denn die ich schon ich brauche hier sind Access Terminal und zwar davon bräuchte auch drei Stück das heißt ich brauche noch dreimal so ist sie war was mit dem TG wieder weggebaut hat was sehr schlauer war wo wolle ich die schon haben äh kannst du frei wählen solange du die Form vielleicht da wo die Getreide Farm ist oder so dass die weg machst und da umbaust und die Getreide Farm dann oben drauf setzt da wo die Zitier Farm ist so irgendwie was war sie meine ich glaube ich weiß was du musst drei Stück davon da brauche ich drei Access Terminals dafür brauche ich drei Convention Matrix dafür brauche ich drei ME Basic Prozessor dafür brauche ich drei drei Redstone Chipset 3 ok Gold und ist beim Wasserfall drinnen ein Lager das ist kein Lager das ist mein Verzauberungsding das ist ja wirklich cool das ist ja wirklich cool sein Verzauberung da macht deine deine scheiß sicher zu das heißt nicht an meinem Zeugrum ich muss an eurem Zeug auch nicht brauche ich gar nicht machen ich habe noch Redstone Chips das ist natürlich umso geiler eigentlich ein Zeppel da müssen jetzt eigentlich ganz viele ah ne du brauchst äh Bierke Basic Prozessor ich habe den hier das heißt ich brauche Silicone und Redstone und Silicone bekomme ich nicht Quarztast Schmelze Verben Jaja du stirbst kann und Redstone so und da außen rum brauche ich jetzt Eisen Crystals und Redstone also das Ding wird ja ewig dauern was ich hier vorhabe ich brauche so ein Wireless Ding hier hüben bei mir du musst ein Kabel bis darüber legen das ist voll die Verschwendung warum ich hab mein es ist Wireless ja aber zu dem Terminal du musst ja zu einem Router auch ein Kabel hinlegen du weißt ja gar nicht wo ich bin ne weiß ich nicht also bist du in der Nähe von der Farm oder so dann ist okay nö auf der anderen Seite wie weit ist das so ein Feck schau mal Homepoint wie weit hat der Entfernung 180 Meter sind 180 Blöcke es werden 180 Kabel das ist voll viel ja das hat was 3 Stacks davon ist voll teuer würde ich jetzt vermeiden wenn es geht ja ok dann muss halt ab und zu rüber kommen nein du musst halt dir eine Tür hinstellen läuft durch die Türen sobald du durch die Tür gelaufen bist hast du hier hier entfangen wenn ich mal jetzt groß grober weiß wie ich es bauen haben wie groß es werden soll und grob ja ok iron 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 Kabel convention class ja der Helm ist echt praktisch er muss echt nichts mehr machen dafür dass er was er was er gekostet hat kann er was klar ich baue es gar falsch ja ja baue ich und dann muss noch ein Kabel dahin dann passt es ihr habt ein Maya Tempel gebaut oder sowas gell ja gut dann kann ich ja einen asiatischen Tempel bauen pfff wat so mach ich auch und da muss jetzt das drauf dann haben wir ME oh verdammte scheiße wireless access terminus und dann brauche ich noch die range upgrades doch passt ha sogar richtig gebaut haha geiler scheiß ok electronic circuit copper cable natürlich haben wir wieder kein electronic circuit mehr das heißt wir machen hört ihr gern alligator nein was hört ihr eigentlich gern ich höre auch alligator ja brava dann hast du ein echt scheißer geschmach der ist nämlich total schlecht weißt schon dass alligator und trailer park dabei ist ja aber trotzdem und dass der den alleine so trotzdem kacke alligator ist geil alligator hat einen kleinen schwanz du hast einen kleinen schwanz man alter eure gespräche immer ja mann alter Ghetto Style Bitches Bitches Versuch grad Rezepte aus dem Kopf zu machen und ich hab's hinbekommen krass so wie ich koche ich koche auch immer aus dem Kopf 3 ja toll beim Kochen ist auch keine Kunst muss keine Sachen auswendig lernen muss keine Sachen auswendig lernen oder was tschlisch kann man nur so Sachen auswendig lernen alter ko ja aber Rezepte auswendig mach mal ich mach mal jetzt das beste Video nur wo wie oft mehr Alta oder Junge oder Arschgeilge oder so sagen ja das ist für euch wer kann ich nicht richtig macht das lustig das ist lustig ey 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 du Arschloch du wechsel du Hure du Hure du Hure weil es war ja alles in Schreibungen missgeburt du behindert Koppakäbel bin so froh dass ich nicht leiser gemacht habe sind wir gar nicht ja wir können ja auch singen ja trotzdem ist Alligator schwul ne könnt ihr nicht Geiler Alicator ist geil man Alicator ist scheiße Alicator ist geil Alicator ist geil Trailer Park ist geil ja Trailer Park ist geil ja Trailer Park ist geil Alicator ist kagge das ist Alligator automatisch geil nein also cool oh oder wie ich hab ne Hülle gefunden alter 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 ey alter nee alter alter doch toll das range upgrade geht hier nicht rein für was ist das dann wir müssen wir unsere ressourcen kann das sein ja egoist ist ein ressourcen verschwender jetzt muss ich mal gucken wie weit es geht ich hab mich total verschätzt scheiße wie ging das jetzt wieder mit dem linken das musste man ich würde zu lachen wenn du irgendein fehlermaster einfach nicht behoben werden dann fertig bist und dann den merkst und dann muss alles wieder bau wer der sowieso um das was immer keine fehler 9 ein bisschen vieler der herr er sagt aber ja es wird die haare leidt der alter waren wir haben bald keine schleimprobleme so viele schleime wie ich töte schleime er tötet schleime er schleimer das leute ich würde sagen wir sind am ende der folge angekommen ich hab das erste wireless porting aufgebaut und ich guck nur noch schnell wie weit es jetzt geht ohne upgrade geht das ding halt also hier beim brunnen geht's beim brunnen geht's bei der tür nicht mehr habe ich mir das ding ausgedacht das ist ja total krumm muss man nachzudenken wo die felder und zwei stimmen zum schluss bis zum brunnen geht's weiter geht's nicht also wir können jetzt im kompletten hausbereich quasi super aufs system zu greifen und jetzt brauche ich da überall noch terminals hin und dann geht's viel weiter aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten folge bis dahin leute würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal 1000 ciao tschh tsch 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 Bis zum nächsten Mal.